Ich halte mich immer gerne an Fakten und da muss man einfach sehen, dass Bayern auch jetzt zehn Punkte in der Champions League hat. Kein Team in Europa hat mehr. Die wurden die letzten sechs Jahre relativ deutlich deutscher Meister. Das sind einfach die Fakten. Von daher erübrigt sich diese ganze Favoritendiskussion. Das ist mir alles ein bisschen zu aufgeheizt. Wir genießen unsere Situation momentan. Wir spielen seit langer Zeit zum ersten Mal wieder gegen Bayern München als Tabellenführer. Aber auch dafür kannst du dir nichts kaufen. Ich glaube, wir haben guten Grund, und das ist auch nötig, selbstbewusst in das Spiel zu gehen, aufgrund der Leistungen, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Jetzt mal abgesehen von Atletico Madrid vor einigen Tagen. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir etwas anders auftreten müssen, als wir das jetzt am Dienstag getan haben. Wie schlagen wir die Bayern? Ein Tor mehr schießen. Ja. Ein Tor mehr schießen, ne? Angreifen, pressen, sehr gut verteidigen, intelligent verteidigen, intelligent angreifen. Vielen Dank.